Täglich lokale, informative und unterhaltsame Inhalte mit aktuellen Nachrichten, Videos und Sendungen. Regionalreport. Für dich dokumentieren wir das Zeitgeschehen, stellen Menschen vor und schauen hinter die Kulissen. 100% lokal, 100% digital. Wir sind vor Ort, da wo du zu Hause bist, wo dein Alltag und das Leben spielt. Erlebe deine Heimat mit unseren vielfältigen Formaten täglich neu. Regionalreport.